Hallo und willkommen zurück bei Alone in the Ark. Ja, hier unten, da ist er, der fertig gezähmte Pullmono Scorpius Level 99. Ist das nicht super? Insofern... Ich probiere es nochmal. Ein bisschen schwierig, die da rauszukriegen, weil die an Strukturen abglitschen. Also Level 99 quasi, also ein Doppelgänger, außer, ja, nicht ganz, nee, das andere war ein Weibchen. Aber trotzdem, gleiche Level, Männchen und Weibchen, stellen wir jetzt schön beisammen. Und haben dann hier unsere kleine Skorpionenecke, den packe ich noch ein. Erstmal reicht ein Sattel, ich habe jetzt ohnehin nicht unbedingt vor... Oh, mehr Leben als ich gedacht habe. Ich habe jetzt ohnehin nicht unbedingt vor... Ruggel die Zuggel die, ruggel die Zug. Mit denen irgendwie großartig unterwegs zu sein. Insofern reicht da jetzt ein Sattel. Und wenn wir dann auf Quetzijagd gehen, dann werden wir den mitnehmen, der einen Sattel hat und mehr Leben. Wahrscheinlich. Mal gucken, was machen denn so die Werte? Jetzt absolut gleicher Level. Schauen wir mal, wie unterschiedlich das sein kann. 1192 zu 400. Haben wir jetzt schon einmal draufgegeben vorhin. Gewicht 280, Millidamage 211. Ich schätze mal Millidamage, darauf kommt es an. 222, dafür weniger Lebens-Stamina mehr. Interessant. Also so verteilt es sich dann doch anders. 200% Move-Move-Speed ist scheinbar ein Standardwert. Genau. Ja. Ja, dann wird das hier wohl die Quetzijägerin. Tatsächlich, wie der Name schon sagt, wird dann tatsächlich unser Skorpion der Wahl für die Mission. Schöner Skorpion-Name. Euch fällt doch bestimmt was ein. Mir gerade wieder nicht. So, ich war noch ein bisschen fleißig, hab noch die Stein-Farmerei fertig gemacht. Naja, so riesig viel ist es nicht, aber wenn wir erstmal einen Quetzij haben, der ja dann dödig tragen kann, dann werden wir uns sicherlich Stein holen. Bis das die Histen voll sind und auseinander platzen. Jetzt haben wir erstmal nur vier Stück. Nein. Ja, ne? 28 Stacks ungefähr. Ähm. Wir brauchen die Crop-Plots. Da nehme ich mir mal die hier Matic. Die ist hoffentlich da, wo sie sein soll. Ich bin begeistert. So, vier Stück brauchen wir von diesen. Ähm. Und wir brauchen daher 400 Stone, Fetch, Fiber, alles brauchen wir. Okay, dann hol ich jetzt erstmal das leichte Zeug. Davon Fiber haben wir auch. Dann brauchen wir 400 Stein. 400 Stein. 1, 2, 3, 4. Und Holz nehme ich jetzt auch mal 400, da brauchen wir ein bisschen weniger, aber das muss ja jetzt nicht 100% genau bemessen sein. So, und dann Craft 4. Wunderbar. Müssen wir ein bisschen warten, bis wir uns wieder bewegen können. Ah, und was wir dann noch brauchen, sind Ceilings und Wasser. Und Wasser. Und Wasser. Und, äh, Wasser. Scheiße. Moment. Hab ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Also gut, dann jetzt erstmal gucken gehen. Vier Stück habe ich. Die kriegen wir auf jeden Fall da drauf. Und dann brauchen wir Wasser. Ja, Wasser. Hm. Wird ein bisschen schwieriger. Das anzuschließen. Das war hier vorne so super elegant und schön. Ähm. Kriegen wir das eventuell hier so auf Foundationhöhe durchgelegt? Hm. Das müssen wir gleich mal schauen. Da bauen wir auf jeden Fall mal ein bisschen was. Dann könnte man den selben Wasseranschluss nutzen. Den auf Foundationhöhe durchlegen. Das käme dann ganz knapp hier neben der Treppe raus. Dann könnte man hier wieder mit schrägen Hocharbeiten und den Wasseranschluss quasi... Joa. Notfalls mitten rein. Das käme hier hin. Dann könnte man notfalls hier so hinpinökeln. Dann hätte er auf jeden Fall oder noch eins vor sogar. Naja, müssen wir mal gucken. Also wir brauchen drei von... äh, drei Seelings brauchen wir. Und dann will ich das mit den Treppen machen. Wenn wir schon dran sind. Dass wir auch von hier oben runter kommen und von unten wieder hoch. Denn das... Umlaufen hier, das nervt. Das heißt, dann brauchen wir hier wieder Pillar, Ceiling, Treppe. Mal gucken. Nehmen wir bestimmt irgendwie hin. Äh, drei Seelings plus... wenigstens mal... ...zwo für die Treppe und die Treppen selbst. Oh, da müssen wir wieder ein bisschen was bauen. Also. Stone. Ne. Ja. Stone. Eins, zwei, drei, vier. Fünf Seelings. Dann müssen wir uns mal kurz schauen. Holz. Eins, zwei, drei. Und dann diese CS-Seeling. Schauen wir mal. Da haben wir sie. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bauen wir davon. Nein. Nein, nein, nein. Aus. Aus. Äh, äh, äh. Aus. Verdammt. Idiot. Blödkopf. Mach. Dumm. Ich muss doch die... ...die anderen bauen. Ja. Ihr schreit bestimmt schon wieder euer... ...euren Monitor an. Das ist ja verständlich. Kacke. Ach, das ist auch blöd, dass man immer hier zum Affen laufen muss. Ähm. Wo kann ich ein... Moment. Wir hatten doch einen Eier-Trike, oder? Sind ja durchwindig als neun Kilo hier mit mir rumtragen, die einfach überflüssig sind. Und genau. Wie lange hält denn das so? Ach, Gott. Ewig. Jetzt hätte ich übrigens bei dem Zusammenhang gerade mal an den, äh, Crop-Lots gucken können, wie weit die Settlings eigentlich sind. Aber ich glaube, wenn die sonderlich weit gewesen wären, hätte ich es, äh, wahrgenommen. Glaub ich. Ähm. Nur kurz, weil die auch ein bisschen was wiegen. So. Also, dann. Ja, hilft nichts. Wir müssen, wir müssen das Zeug hin und her tragen. Für die Treppen brauchen wir auf jeden Fall auch Holz. Ich war ja ordentlich und hab alles leer gemacht. Ne, es macht auch Sinn, damit man mal so eine Bestandsaufnahme hat. Eine Bestandsaufnahme hat von den Ressourcen und das sind ja überall verteilt. Zum Beispiel, so weiß ich, Zement passt wirklich auf, gefühlt, alle, äh, Geräte, die wir haben, verteilt. So, Ruinen-Sealing. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Das ging so schnell, dass ich jetzt beim Zählen durcheinander kam. Dann muss ich mal gucken, was die Pillar machen. Ein bisschen was hatten wir davon noch. Pillar, Pillar, Pillar. Pillar haben wir noch drei, das ist gut. Treppe haben wir noch eine. Äh, Ruinen-Sealing hatten wir keine. Okay, dann brauchen wir bei den Pillern erstmal keine mehr, glaube ich. Die bauen wir dann nach Bedarf. Was wir noch brauchen, ist eine Treppe oder zwei. So, dann haben wir das, das. Und die Crop-Plots nehmen wir dann auch, na, lass mich durch. Die nehmen wir dann auch wieder mit. So, was wir dann noch brauchen, ist, naja, brauchen wir die Rohre, Moment. Was brauchen wir eventuell für welche? Die Schrägen, ne? Die Schrägen muss ich noch bauen. Das ist das kleinste Problem. Und nochmal so ein Wasseranschluss, den brauchen wir auch noch. Was brauchte der? Fetch, glaube ich auch. Fetch, Stone. Äh, hier, die, 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 die. Da, was braucht man? Ne, Wood brauchte man dafür, okay. Wood, Craft. Und die Schrägen, das sind die. Craft, was fehlt jetzt? Ach, mehr Stein? Okay. Noch mehr Schrägen. Und von den anderen, da haben wir von den Geraden was, von den Abzweigungen haben wir. Es sollte reichen. Es sollte reichen, müssen wir mal gucken. Und das noch. So, ab dafür. Nein, ich habe das nicht gesagt. So. Sprühen. So, einmal. Ich meine, schön ist ja, huch, falsch. Schön ist ja, dass die Ceilings, na. Dass die Ceilings gerade snappen. Nicht wie bei den Standard, äh, Steinwänden, äh, Steinceilings an den Foundations. Da haben die immer so eine kleine Stufe. Hier snappt es gerade dran, dafür sieht es halt anders aus, von der Oberfläche. So ein bisschen, äh, weiß nicht, schade. Ja? Ich nenne es einfach mal schade. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Das wird sowieso ein bisschen kritisch. Ähm, da wir... Das wird sowieso ein bisschen kritisch, da wir hier eine Schräge haben. Bin mal gespannt. Wir können ja zum Glück, muss man da sagen. Ach, was ein Ärger. Wir können ja zum Glück alles einreißen. Äh, müsste man einmal springen. Und hier, hier käme man hoch. Okay. Dann, naja, mal gucken. Das müsste eigentlich... Treppe. Moment, mal gucken. Boah, kann ich mit leben, oder? Ich glaube, da kann ich mit leben. Das ist alles ein bisschen schief und wackelig, aber es sind ja auch Ruinen. Also, insofern... Einzige, was problematisch wird, ist, wie gesagt, wir wollen da ja eigentlich ein Gewächshaus noch draus bauen. Wird hier unten ja auch schon problematisch genug. Müssen wir mal gucken, ob wir das dann offen lassen müssen. Oder wir machen hier so Holztore hin. Da müsste die Gewächshäuser ein bisschen größer sein. Das könnte gehen. So, diese einmal-zwo-Tore, die gibt es ja mit der Gate-Mod. Wie wir es da oben haben, so ein Tor. Jeweils hin an die Treppe. Das müsste, könnte, dürfte vielleicht eventuell gehen. Werden wir mal sehen. So, jetzt erstmal die Crop-Plots. Die stellen wir mal so hin. Und so. Und... Huch. So. Und so, ich hoffe... Ja, das müsste reichen. So, und jetzt wird es spannender. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da unten eine Abzweigung machen. Oder einfach etwas dranhängen können. Das wird lustig. Hier haben wir die gerade. Da hätten wir den Anschluss. Den brauchen wir hoffentlich jetzt erstmal nicht. So, da. Da wäre mein Problem. Guck mal, die wachsen. Schön. So, und jetzt? Ich hoffe jetzt einfach mal, wenn ich die aufhebe. Nein! Äh, ducken solltest du dich. Sehr gut. Man sieht's. Okay, wenn ich die aufhebe, das war jetzt so meine Hoffnung. Ne, Moment. Wo ist es denn jetzt? Moment, da, die 5. Da wieder weiter. Und dann müssen wir nochmal eins dran machen. Nochmal die 5. So, und dann schauen wir mal, ob wir es snappen können, ohne abzuheben. Weil, ansonsten, naja, doch, das könnte gehen. Ähm, jetzt brauchen wir die schräge. Die ist die 1. Genau. Hoffen wir mal, dass das... Genau, es ist blau. Perfekt. So, dann nochmal die 1. So. Und dann brauchen wir jetzt wieder eine Gerade. Eine Gerade. Ich betone. Ist absichtlich. Total wichtig. Entschuldigung. Und jetzt? So, mit den Scheiße aus, wenn das da so im GroBJ Box da hochkommt, oder? Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte das Inventar. Bin noch 7 days to die geschädigt. Könnte auch da unten den Anschluss machen. Er ist so extrem hoch jetzt hier, ne? Naja, gut, aber das ist not irrigated. Doch, irrigated, irrigated. Okay, das kriegt alles Wasser. Ich glaube, das ist die optimalste Möglichkeit, hier Wasser hochgelegt zu bekommen, oder? Ich hätte sonst... Einzige, was möglich wäre, noch 1 geradeaus und dann hoch. Wäre das gegangen mit der 5 noch 1 geradeaus? Ne, da ist es blockiert. Seht ihr, da ist rot. Lassen wir dann hoch, dann wären wir vielleicht hier durch die... Es sei denn, wir würden damit corrected structures arbeiten, die vielleicht auch in den Boden reingegangen wären. Aber ich finde das so eigentlich ganz okay. So, jetzt müssen wir nur... Ach, ich hatte gerade schon ein bisschen Angst, dass mir die Foundations alle auch abgeschmiert werden, die Ceilings. Aber da hatte ich nochmal Glück. Wohin Ceiling? Wohin Foundation? Da zimmern wir sie wieder hin. Perfekt. Joa, Fruitling. Ach, es gibt schon Bären? Cool. Wir kriegen schon unsere ersten Bären. Wie geil ist das denn? Sau cool. Ja, geil, O-Mart. Ja, geil, O-Mart. Und wie schnell verbraucht sich das... Die Kacke ist immer noch drin. Das heißt, ich muss noch nicht einmal Dünger reinschmeißen. Ja, geil, O-Mart. So, was haben wir denn an Früchten? Was brauchen wir denn? Ruckeli-Zuckel. Äh, wir brauchen... Wir brauchen... Ähm... Wir brauchen Karotten, wir brauchen Kartoffeln, Zitronen und Longgrass. Ich nenne es mal Reis. Ähm... Ich glaube, das sind die vier, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Wir müssen mal gucken bei den Samen, was wir da haben. Hat doch geklappt. Wobei, man könnte die Treppe jetzt noch breiter machen, ne? Das wäre noch so die Überlegung, dass wir hier noch mit Steelings rausgehen und die Treppe nochmal verbreitern. Aber andererseits... Ne, dann wird das unten mit dem geplanten Tor eventuell ein bisschen schwierig. Das ist ja krass. Da haben wir doch jetzt schon Früchte. Dann funktioniert also meine... Ah, schön. Noch, warte mal aufladen. Dann funktioniert also meine neue Einstellung. Na, von wegen Aufladung. Jetzt? Ja. Ähm... Funktioniert meine neue Einstellung augenscheinlich ganz gut. Das ist... Das ist nett. So. Halt. So. Hup. Hup. Und... Oh. Cool. Uh. Jawohl. Jep. Das funktioniert augenscheinlich auch. Da gibt es, glaube ich, aber keinen Regler für, dass das schneller geht. So. Und das. Und das. Dann müssen wir gleich mal ein bisschen Kacke nachlegen. Ja. Hup. Moment. Ähm. Ähm. Die Kacke fliegt. Ja, es gibt Scheißwetter. Die Kacke fliegt tief. Haben wir endlich den Beweis zwischen schlechtem Wetter und tief fliegender Kacke erbracht? Das macht Spaß. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Gib mir Kacke. Das macht Spaß. Ja. Kacke Schweinchen. Okay. Gut. Das reicht. Stimmt. Hoffe ich. Mensch hier. Alles zugeschissen. Alles zugeschissen. Das ist unglaublich. Ja. Was die für eine Sauerei machen. Steht bis zum Knie in der Kacke. Das ist. Ist. Äh. Oh. Du warst im Weg. Nee. Warst du nicht. Ich wollte mich eigentlich ducken und ich hau dann immer aus Versehen. Weil in anderen Spielen ist Steuerung ducken und hier ist es C. Muss mir mal eine einheitliche Steuerung zurechtlegen. So. Kacke. Und ist sonst noch irgendwo welche hingeflogen? Die flog ja meilenweit gefühlt. Glaube. Glaube wir haben alles. Mal gucken ob es reicht. Da müssen wir auch wieder Fetch nachlegen. Ich muss hier unten glaube ich mal eine Fetchkiste hinbauen. Die dann auch. Oh. Guck guck. Na. Kleiner Schisser. Liegt doch die ganze Zeit vor der Basis rum. Die ganze Zeit hier runterscrollen. Ist auch ein bisschen doof. Halt. Da müssen wir einmal rausnehmen. Fetch. Das machen wir dann gleich. Na. Was soll da nicht rein? Das soll rein. Und zack, 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 zack. Na. Es wird eng. Ich glaube der muss nochmal ran. Na doch. Ne. Passt. Passt. Hast Glück gehabt. Hast eine Verschnaufspause. Ich glaube du kriegst sogar noch ein bisschen was zurück. Ist ja meistens noch Garantie drauf. Da habe ich ja Glück. Da kann man die Kacke auch wieder zurückgeben. Da sind die Schweinchen sehr tolerant. Was Garantiezeiten und so betrifft. Tipptopp. Und du? Noch nicht ganz, ne? Aber bald. Bald darfst auch du einen Sattel tragen. Und bald darfst auch du Stimberries essen. Das ist nur was für Erwachsene. Das dürfen Jugendliche noch nicht. Warum laufe ich eigentlich hoch? Egal. Was machen wir jetzt als nächstes? Das machen wir jetzt erstmal. Erstmal die Früchte. Da wollte ich auch nach den Samen gucken. Das war's. Das war's. Na komm. Nehmen wir gerade mit. Keine Samen. So. Da. Zitrone. Severud. Longcress. Rockerud. Jo. Die haben wir. War's. Dann Mandelaus. Mal schauen wie weit wir mit dem Dünger kommen. Aber ich denke da kann schon in jedes ein bisschen was rein. Und die Düngerproduktion läuft ja. Ein grüner Lutstrahl. Hm. Hm. Grün ist mir. Und das sieht mal wieder kein. Trotzdem. Ich muss auf Lutstrahlen achten. Das wird sonst. Irgendwann doof. Ich hole jetzt mal überall vier rein. Mal gucken wie weit wir dann kommen. Keine Ahnung wie viel das war. Das sieht so aus als könnte man noch mehr rein stopfen. Das heißt sieht so aus. Wir können definitiv mehr. Fünf mache ich hier mal. Ja. Verteilt sich nicht ganz gleichmäßig glaube ich. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Und einmal können wir noch. Hier. Und du kriegst dafür das. So und dann Zitrone rein. Und Savile Root rein. Und nun. Long Crest. Das ging schnell. Und Rocker Root. Läuft. Und da haben wir das. Geil. Jetzt mal gucken wie viel Bären hier so ausploppen. Joa. Ne. Mach. Nicht so schnell. Naja. Aber es läuft. Das ist die Hauptsache. Das freut mich sehr. So. Samen zurück. Und. Ich würde jetzt höchstens überlegen das auch nochmal mit Kacke voll zu stopfen. Halt. Wenn wir eh schon runter gehen. Eins. Zwo. Drei. Ähm. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Können wir wieder Setsch nachstopfen. Das ist jetzt richtig Arbeit hier diese Farben zu bewirtschaften. Da werden wir öfter ran müssen. Obwohl. Wie gesagt. Wenn wir das jetzt einmal am Laufen haben. Und ich glaube wenn einmal. Die. Die Croplots voll sind mit. Mit Dünger. Das müssen wir jetzt halt einmal schaffen. Diesen Status. Also alle richtig voll sind mit Dünger. Ganz ehrlich. Das hält so lang. Ist ja kein Server wo es weiter läuft. Und dann haben wir da. Dann haben wir da wirklich Ruhe. Für viele viele Folgen. Und dann müssen wir halt mal wieder alle. Keine Ahnung wie viele Folgen ran. Und. Kurz Dünger nachlegen bis dahin. Und mal Kacke nachschmeißen. Das müssen wir ab und an machen. Dass wir. Die Düngerschweinchen voll haben. Ja. Also so. So einen gewissen Status quo. Müssen wir uns einfach mal erwirtschaften. Und dann kann das auch mal still liegen. Dann ist nicht schlimm. Wenn das Düngerschweinchen da. Keine Ahnung. 100 Dünger drin hat. Und das sollten wir hinkriegen. Hier mit den kleinen Mosetten. Kuckuck. Na? Oh. So. Ne? Was ist? Ich sag ja. Es ist artgerechte Haltung. Die wollen das. Na komm. Wenn man es schon so angeboten bekommt. In der Kacke Sammler. Ja. Die Kacke macht mich froh. So. Dann haben wir das. Wo war ich jetzt eingeschränkt geblieben? Wir haben jetzt die Sachen angepflanzt. So. Eigentlich. Ja. Eigentlich ist jetzt die Mission Long Neck. Und so ausrüsten für die Mission Quetzi. Würde ich sagen. Wobei auch nicht verkehrt wäre. Mission Kühlschrank. Strom hier hochlegen. Das wäre auch nicht so verkehrt. Dann könnte man wenigstens ein bisschen mal hier Zeug auf Vorrat kochen. Und Mission Grille. Dann könnte ich das Fleisch mal durchbraten. Dann hätten wir einen Kühlschrank voll mit Grillfleisch. Dann müssen wir da nicht immer on demand. Ja. Wir reden mal Neudeutsch. Müssen wir da nicht immer on demand da irgendwas machen. So. Wenn wir hier Strom hochziehen. Kommt der ein bisschen doof da raus. Den würde ich eher versuchen hier hochzuziehen. Ein bisschen links der Säule wenn es geht. Und dann nach rechts ziehen. Da ist Lager. Da ist Lager. Da ist Küche. Bis dahin wo das eine Fenster ist glaube ich müssen wir. Und da könnte man dann die Kühlschrank Ecke machen. Da müsste gegenüber die Küche sein. Hoffe ich jetzt mal. Genau. Da ist das eine Fenster. Hier müsste man dann reinkommen. Das ist machbar. Das ist recht easy machbar. Hoffe ich. Strom haben wir nur nicht mehr viel. Ne. Da brauchen wir vor allen Dingen ganz anderes. So. Das kommt dann erstmal wieder rein. und dann müssen wir Stromkabel herstellen. Ich glaube das war nur hier oder? Structures, electrical, genau. Moment. Structures, electrical. haben wir noch gar nicht gelernt. Das ist senkrechte. Schauen wir mal kurz. Cable. Vertical müssen wir noch. Inclined müssen wir auch noch. CS. CS-Variante davon hätte ich lernen sollen. Irgendwann muss ich mir mal so ein Vergess-mich-Trank machen und alles neu verteilen. Und dann lernen wir wahrscheinlich nur Corrected Structure oder so. Mal gucken. Aber wie weit wir jetzt kommen mit dem normalen. Wir brauchen dafür lediglich... Wir brauchen mal Fetch und Electronics für Electro... Oh, Electronics müssen wir herstellen. Das geht aber. Ansonsten brauchen wir nur Metal Ingots. Electronics brauchen... Electronics brauchen Perlen und... Ups. Electronics brauchen Perlen und auch Metal Ingots. Okay. Dann schmeißen wir das erstmal rein. Nein. Da. Ein paar Perlen haben wir noch. Und ansonsten... Ne, Metal Ingots war... Da. Mach, mach, mach. Machen wir noch mal ein bisschen... Ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir brauchen. Wären schon einige Kabel sein. Obwohl die relativ lang sind, muss man ja sagen. Insofern wird es vielleicht gehen. Was braucht man? Drei Electronics lediglich. Ach so. Quatsch. Ja, hier das Benzin. Habe ich ja extra dahin gelegt, damit es schnell geht. Und ich trottel laufe jetzt schon wieder andersrum. So, Turn On. Komponenten. Eins, zwei, drei. Und dann Structures. Und dann Structures. Electrical. Die Senkrechten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn. Dann brauchen wir die Waagerechten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und vielleicht von den Diagonalen auch mal zwei. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir müssen da rüber. Ich denke, das werden ungefähr die zehn Waagerechten sein. Wenn sie reichen. Und wir müssen ungefähr auch die Höhe hoch, was wir hier in die Breite müssen. Also ich denke mal, das kommt hin mit zehn mal zehn. Hoch ist eher weniger ein bisschen. Joa, ich denke, damit kommen wir hin. Mit dem, was wir haben. Wenn wir die Senkrechten schon haben, können wir schon mal anfangen zu bauen. Das ist gut. Dann holen wir den Rest gleich. Dann mal gucken. Wo kommen wir hoch? Das ist nahezu optimal. Wobei, nee, ist eigentlich nicht so optimal. Ich glaube, hier macht man dann doch erstmal eine Schräge hin. Wir versuchen es erstmal mit einer Schräge. Ah, da ist nur die Frage, ob man die Schräge in die Richtung der Foundation gedreht bekommt. Äh, der der Ruine gedreht bekommen. Ich glaube, die Schräge geht nur quasi nach vorne. Ich glaube, da kann man nicht viel machen. Schauen wir mal. Brumm hier nicht so rum. Halt, Moment. Falls der ausgehen sollte. Wir brauchen auf jeden Fall Structures Electrical noch den Outlet. Äh, gut. So. Also. Dann schauen wir mal. Das ist die Schräge. Doch, das ginge. Das ist nur die Frage, wie weit das jetzt reinragt. Moment, sieht man das? Na. Da. Ragt gar nicht rein. So, und jetzt müssen wir nach oben. ist obstrucated. Ist obstrucated. Fuck. Die Senkrechte mit CS bauen. Äh, mästig. Hätt's gleich CS lernen sollen. Cable, die Senkrechte. Da. Los. Dann. Mal schauen. Ist das jetzt im Fabricator? Oder kann ich das jetzt aus dem Inventar bauen? Oder? Mal gucken. Structures Electrical. Ach ne. Das ist jetzt hier drin wahrscheinlich, oder? Structures. Electrical, genau. Metal Ingots. Geht mal her. Das hat jetzt natürlich echt Ancron Points gekostet. Searchers. Electrical. Ingot. Ruckel, die Zuckel, die Speicher. Wir bauen erstmal nur eins, weil, weil geizig und so. Sechs Stück. Äh, Nummer sechs meine ich. Dann bauen wir mal. Ruckeln. Ja, damit geht's. Wie ich's gesagt habe, ich hätte gleich, äh, hätte gleich die CS lernen sollen. Das ist denn jetzt mit dem Licht wieder passiert. Okay, dann müssen wir jetzt hoch. Ähm, eins noch, zwei noch, drei noch. Mindestens. Bauen wir mal vier Stück. Dann sind wir relativ safe. Structures Electrical. Vier noch. Eins, zwei, drei, vier. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Na. Das wäre schön, wenn das jetzt zumindest so ginge, dass ich dann oben wieder normale nehmen kann. Aber ich fürchte fast, ich muss alles aus diesen CS-Hook. Ne, Moment. Auf der, auf der, auf der, auf der. Nummer sechs. Äh. Okay. Snow? Ne, nicht Snow. Das, ähm, hab da eine Mission. Hab da eine Mission. Wir müssen da was machen. Mal schauen wir mal. Ah, super. Das kommt jetzt gerade sehr gelegen. Ich hab fast kein Fleisch mehr. Äh. Okay, passt. Und. Passt. So. Lass mich raten. Lass mich raten. Jetzt müsste ich theoretisch so eine Kreuzung dahin machen. So. Und jetzt muss ich irgendwie da vertikal, äh, Quatsch horizontal rüber. So. Äh. So. Da kann ich tatsächlich die normalen nehmen. Ähm. Wo sind wir? Der zwei. Nein. Krieg ich denn das jetzt weg? Alleine gar nicht. Äh. Fly. Immolish. Das kriegt man sonst alleine gar nicht weg. So. So. Aha. So. Und ab hier brauche ich wieder. Ab hier brauche ich wieder die. ICS-Dinger. Das heißt, da brauchen wir nochmal für. Eine Strecke von ungefähr. Eins. Zwo. Drei. Vier. Ich fürchte fast nur, man kommt dann rein. Fünf. Fünf bis sechs werden wir noch brauchen. Von diesen vertikalen. Äh, horizontalen. Walk. So. Dann eine Runde trinken. Was habe ich gesagt? Fünf. Electrical, vertical, eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das Problem, was ich haben werde, ist. Table. Wir werden auch die CS-Inclined brauchen. Das werden wir dann gleich sehen. Wir werden die auch brauchen, was... Was das bedeutet. Ich probiere gerade mal, ob ich... Machen wir nochmal Fly. Ist jetzt egal, ob ich auf dem Vogel sitze. Ja, auch das geht nicht. Das wollte ich nur gerade testen. Wenn ich hier jetzt schon eins höher gehe, das wäre ja nicht schlimm gewesen. Aber das geht auch nicht. Okay. Also dann holen wir uns das ab. Aber dann machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Dann bauen wir da unsere Elektro-Kabel rüber. Und... Boah, ist das laut. Brumm. Und... Sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann bauen wir noch einen Kühlschrank zusammen. Das wäre noch recht praktisch, sage ich mal. Dann haben wir den in Betrieb. Dann können wir ein bisschen Fleisch durchbraten. Dann haben wir ein bisschen was auf Vorrat. Und dann bereiten wir uns für die Quetzi-Jagd vor. Ein Schritt nach dem anderen. Das ist wohl... Nötig. Also gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.